Das zerbrochene Ringlein In einem kühlen Grunde, da geht ein Mühlenrad. Mein Liebste ist verschwunden, die dort gewohnet hat. Sie hat mir treu versprochen, gab mir ein Ring dabei. Sie hat die Treue gebrochen, mein Ringlein sprang entzwei. Ich möcht als Spielmann reisen weit in die Welt hinaus Und singen meine Weisen und gehen von Haus zu Haus. Ich möcht als Reiter fliegen, wohl in die Blutgeschlacht, Um stille Feuer liegen im Feld bei dunkler Nacht. Hör ich das Mühlrad gehen, ich weiß nicht, was ich will. Ich möcht am liebsten sterben, da wär's auf einmal still. Was Eichendorf oft genug, und hier ganz besonders, vorschwebte, War, den Anschein zu erwecken, dass es sich bei seinem Gedicht Um ein überliefertes Volkslied handelt. Und tatsächlich ist es zu einem solchen geworden. In einem kühlen Grunde, gemeint ist ein schattiges Tal, Da geht ein Mühlenrad. Mein Liebste ist verschwunden, die dort gewohnet hat. Der adelige Freiherr Eichendorf setzt als Sprecher Offenbar einen solchen einfachen Müllergesellen ein, Wie wir ihn nur wenige Jahre später In Gedichten von Wilhelm Müller kennenlernen werden, Und die in Schuberts Liederzyklus Die schöne Müllerin berühmt wurden. Zumindest war des Sprechers liebste wohl Des Müllers Töchterlein, Und der Ton eines einfachen Volksliedes Stellt sich mit dem ungenauen Reim Von Rat zu Hatt ein. Sie hat mir treu versprochen, Gab mir ein Ring dabei, Sie hat die Treu gebrochen, Mein Ringlein sprang entzwei. Führt eine magische Beziehung Zwischen dem Ring und der geschworenen Treue Zu seinem Bruch? Magie ist kein atmosphärischer Bestandteil Dieses Gedichtes, Und so mag es sich um mutwillige Zerstörung Durch den unglücklichen Liebhaber handeln. Es spielt aber auch nicht eine solche Rolle. Die gebrochene Treue findet seine symbolische Entsprechung Im gebrochenen Ring. Um nicht mehr oder weniger geht es. Ich möchte als Spielmann reisen, Weit in die Welt hinaus, Und singen meine Weisen, Und gehen von Haus zu Haus. Auch hier finden wir auf engstem Raum, Was Wilhelm Müller später zu einem ganzen Zyklus ausbreiten wird, Und was als die Winterreise von Franz Schubert Zum bedeutendsten Kunstliedzyklus überhaupt wurde. Die Wanderung des Sängers Als Versuch der Bewältigung Einer existenziellen Liebesenttäuschung. Allerdings bleibt es bei Eichendorff Nur beim Durchspielen dieser Möglichkeit, Denn sofort wird etwas anderes in Erwägung gezogen, Vielleicht, weil es ein noch radikalerer Entschluss wäre. Ich möchte als Reiter fliegen, Wohl in die Blutgeschlacht, Um stille Feuer liegen, Im Feld bei dunkler Nacht. Der Krieg als Möglichkeit zu verdrängen und zu vergessen, Auf heldenhafte Bewährung in blutiger Schlacht Würde vielleicht innerer Frieden Am nächtlichen Feuer folgen, Aber auch dazu wird es wohl nicht kommen. Hör ich das Mühlrad gehen, Ich weiß nicht, was ich will. Es waren also nur so Gedanken, Tatsächlich ist jeder Wille zu irgendeiner Tat erloschen. Das Mühlrad ist offenbar auch ein inneres Mühlrad, Ein fruchtloses Kreisen der Gedanken Um die verlorene Liebe. Ich möchte am liebsten sterben. Die dritte Erwägung ist die radikalste. Allerdings ist Todessehnsucht etwas anderes als eine Selbstmordabsicht. Es werden schließlich alle drei Erwägungen mit einem Ich möchte eingeleitet, Als wenn alle drei keine Aussicht auf Ausführungen hätten. Was er dagegen will, Das weiß er eben nicht. Da wär's auf einmal still. Der einfache Ton des Volksliedes suggeriert, Daß da nur zufällig diese unwillkürlich mehrfachen Bezüge von Es entstehen. Es, das Mühlrad, das er da draußen tatsächlich hört, Wäre nicht mehr zu hören, also still. Es, dieses innere Gedankenmühlrad, Würde sich nicht mehr drehen, stünde endlich still. Und überhaupt alles, Wenn man das Es als unbestimmtes Subjekt liest. Es wäre still. Das wünsche ich dir, dass ich mich nicht mehr so daran habe, dass alle drei Erwägungen gehen, das sind und auch nur die Erwägungen, die ich noch nicht mehr so daran sah. Ich möchte mich nicht mehr so schaffen. dass meine Träning ist in der Kräten, dass wir die Erwägung, und für deren Reise, dass wir es unter den Kürze auskommeln, dass sie auch direkt in der Türke, wobei auch in der Türke, dass wir auch gar nicht mehr so haben. Aber es wird gutastisch. Es hat sich in der Türke, dasten meisten Räumen angeht, das war nämlich auch nicht mehr so ein Problem, dass wir es nur die Kräte, Vielen Dank. Vielen Dank.